also ok ok hallo in meinen kleinen studio booth hier in deutschland professionell sieht das nicht aus aber naja es macht den trick also lasst uns mal vielleicht die erste strophe mal singen und da müssen wir gucken also so wie ich gesagt habe dass das song geht zum den village people von ymca das wird die grundmusik seien hier unter den dhcp regulations ok wir nehmen mal ein bisschen hier was ist mit diesen ok lasst uns mal doch versuchen erst mal zu sehen ok also los geht's nicht dieser computer hier geht's los und los geht's sehr gern nehme ich das telefon an ich sag hallo das problem ist bekannt unsere rechner werden jetzt nicht erkannt und sie fragen where's the problem fleißig mach ich mich ans werk und stecke und meinen floppy stellen weg remote access er hat schon wieder ein weg deshalb laufen ich zum bett stand es fehlt ein antrag im dhcp es fehlt ein antrag im dhcp mit solchen profis wie wir stellen mit dem dhcp und mit solchen profis wie wir stellen mit dem wir ich bin zurück auf mein platz meine hosen sind beim einsatz geplatzt schreibe ein ticket und dann habe ich es geschafft kann mich wieder weiter hinlegen und was denn ich guck auf meine uhr noch ein user steht vor der tür wechsle tona was kann er wohl dafür wir sind alle nur noch user es fehlt der eintrag im dhcp es fehlt der eintrag im dhcp mit dem falschen segment wo man den rechner nicht kennt mit ungültiger ip das funktioniert ja noch nie dhcp es fehlt der eintrag im dhcp es fehlt der eintrag im dhcp es fehlt der eintrag im dhcp mit solchen profis wie wir stellen mit dem wir let's just sit you free by adding host in ip wieder geht das telefon los hallo hallo ich bin schon wieder nervös kann ich helfen sag ich mit wo im ton muss den dhcp heute warte laufe mit dem schweiß auf der stirn hab den drucker schon auf dem schirm manno manno der ist ja im achten stock man hab ich dafür kein bock mit sales es fehlt ein antrag im dhcp doch keine wartung ohne ohne eh ohne het behält den falschen segment wo man den drucker nicht kennt mit der falschen ip das funktioniert ja noch nie ithcp es fehlt der eintrag im dhcp Mit solchen Profis wie wir, schneller mit einem Bier Let us set you a free, by adding host in IP DHCP, es wird der Eintrag im DHCP Mit solchen Profis wie wir, schneller mit einem Bier Let us set you a free, by adding host in IP